Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixan und das hier ist Super Mario All Stars für das Super Nintendo Entertainment System. Ein echtes Superspiel. Und nachdem ich jetzt das Wort Super jetzt schon dreimal gesagt habe, jetzt sogar viermal, würde ich sagen, gehen wir mal hier aus dem Titelbildschirm raus und lieber ins Spiel rein. Worum handelt es sich hier? Es handelt sich um eine kleine Spiele-Sammlung von NES-Spielen. Ja, ein super Nintendo-Spiel, das irgendwie NES-Spiele beinhaltet. Das Ding sollte eigentlich auch jedem bekannt sein, weil es gibt es ja mittlerweile auch für die Wii und weiß der Geier was. Wir haben hier also die Auswahl zwischen Mario Bros. Super Mario Bros. 2, das bei uns halt The Lost Levels heißt, weil erschienen irgendwie nur in Japan. Dann das, was wir als Super Mario Bros. 2 vorgesetzt gekriegt haben, was eigentlich Doki Doki Panic mit Mario Sprites ist, okay. Und Super Mario Bros. 3, das beste Mario-Spiel aller Zeiten, verdammt. Und natürlich werden wir uns heute und in nächster Zeit mit diesem Spiel hier befassen, weil es ist Mario Bros. 3, es ist geil und ja, also geht nicht anders. So, da sind wir auch schon im Spiel und sehen, ein Vorhang geht hoch. Mario und Luigi battlen sich ein bisschen gegenseitig. Und, oh, die Musik, ich liebe es. Es ist so geil, es ist so geil. Ja, das Ganze ist hier aufgebaut wie eine Bühne. Ich habe da vor kurzem irgendwann eine Theorie dazu gehört. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Es ist also praktisch, als wäre das ganze Spiel ein Theaterstück. Könnte man mal drüber nachdenken, würde eventuell Sinn machen. Sogar Mario geht hinter die Bühne jetzt gerade, hinter die Kulissen verschwunden praktisch. Denkt mal drüber nach. Aber ich starte jetzt das Spiel 1988, das ist so geil. Also, schon die NES-Version dieses Spiels war ein absoluter Meilenstein. Das Spiel war das Beste, was es jemals für das NES gegeben hat und überhaupt sowieso. Und schon wieder die Musik. Jede Oberwelt hat ihre eigene Musik. Es ist so toll, es hört sich so toll an, es ist so. Ja, nee, Continue, nee, Quatsch, ich will da rein. Genau, hoffentlich ist die Steuerung gut eingestellt. Ja, das fühlt sich gut an. Und schon sind wir im Spiel. Super Mario Bros. 3. Worum geht es? Natürlich um das gleiche wie immer. Rette den Bösewicht und verhau die Prinzessin. Oder umgekehrt. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Im Moment allerdings noch nicht mal wirklich. Eigentlich sieht es nämlich so aus, dass der böse, böse Bowser zusammen mit seinen Koopa-Kindern, also König Koopa, der später irgendwann mal Bowser genannt wird, mit seinen Koopa-Kindern irgendwie allen möglichen Königreicher angegriffen hat. Und die Könige in irgendwelche komischen Viecher verwandelt hat und wir sollen daran jetzt was ändern. Wir sollen die bösen, bösen Koopa-Kinder besiegen und wieder alles in Ordnung bringen. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. Ja, scheiße auf die Prinzessin, wir kümmern uns um unseren Kram. Und da sehen wir auch schon das beste Power-Up im Spiel. Also, das ist die größte Neuerung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Spiel. Dieser komische Tanuki-Schwanz, also ein Waschbären-Schwanz, ähm, befähigt uns Gegner umzuhauen, Blöcke kaputt zu hauen und zu fliegen. Dürfte man auch alles kennen aus irgendwie Super Mario 3D Land für, ähm, den, na, was war's, äh, Nintendo 3DS oder so. Da kam das Item ja auch wieder vor. Äh, machen wir uns jetzt aber weniger Gedanken drum. Genießen lieber noch ein bisschen die Musik. Ich glaube, ich muss bei mir gleich mal den Fernsehlauter machen. Ich höre irgendwie so furchtbar wenig davon. Und ihr hört wahrscheinlich in der Aufnahme hoffentlich wesentlich mehr davon und versteht mich trotzdem noch. Ich guck mal, wie ich das mit der Sound-Abmicherung hinkriege. Äh, ich will da doch so runter. Yes. Ähm, warum sag ich jetzt die ganze Zeit, warum, warum beweihräuchere ich das Spiel? So, ganz einfach, ähm, Super Mario, ähm, 3, Super Mario Bros. 3 für das NES war für mich so der Ausschlag gegen den Grund, als ich das als kleines Kind irgendwie bei Freunden sah, dass ich unbedingt ein NES haben wollte. Auch wenn ich es nie gekriegt habe, ich war von dem Spiel dermaßen begeistert. Also, mir haben die Vorgänger auch gefallen. Also, falsch, ich kannte nur Super Mario Bros. 3, also den ersten Teil und ein paar andere Spiele für das NES. Aber, die haben mir auch gefallen. Aber das hier war so das, boah, geil, besser geht's gar nicht. Und, ähm, zugegeben, die SNES-Version sieht gleich noch ein bisschen besser aus, weil eben alles ein bisschen überarbeitet wurde, damit es schöner aussieht und so. Wisst ihr nicht? Ach ne, okay, mein Fehler. Ja, sieht also noch schöner aus, klingt auch noch schöner. Ähm, spielt sich genauso gut. Es ist einfach perfekt von der Steuerung und von allem her. Und, äh, auch wenn ich das Spiel niemals haben konnte, weil ich nie ein NES hatte, kamen dann irgendwann eben die glorreiche Zeiten, in der ich ein Super Nintendo hatte. Und dann eben genau dieses Spiel für das Super Nintendo auf den Markt kam. Als ich das in der Werbung gesehen habe, war ich dermaßen begeistert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das musste ich mir natürlich sofort kaufen. Es ist schön, dass die ganzen anderen Mario-Teile dabei waren, aber, äh, das Wichtigste ist eigentlich das hier. Also alles andere ist es nebensächlich. Ja. Ach, die ist hier, okay. Ui. Ja, ich kenn das Spiel so ein bisschen, ne? Ich hab's schon mal gespielt, kann man sich denken. Wenn ich's damals schon hatte, in den 90ern, in den frühen 90ern. Was spät ist, wenn man mir denkt, dass das Spiel 88 rauskam. Aber wie gesagt, ich hatte ja kein NES. So, ähm, und, ja, äh, es ist einfach, alles hier ist perfekt gelungen. Also, äh, die Darstellung ist einfach so viel besser als in den vorherigen Spielen. Einfach, weil man sich viel mehr Arbeit mit den Sprites und allem gemacht hat. Äh, klar, auf der Super Nintendo-Version sieht sowieso wieder alles noch besser aus. Aber, äh, prinzipiell war schon die NES-Version allem anderen überlegen. Dann hat man so viel ganz tolle... Das hätte ein Stern sein müssen von rechts wegen her. Ich war schnell genug. Egal. Ähm, dann hat man sich so viel Arbeit mit der Musik gemacht. Wirklich so vielfältig. Jede Oberwelt, wie gesagt, hier, hat eine eigene Musik und die ist immer irgendwie cool. Und, äh, dann diese ganzen Extras. Also, eine Oberwelt-Karte, das gab's ja bis dahin eh noch nicht. Übrigens, Toad House, da kann man Items einsammeln, nun. Äh, wähl eine Box aus. Äh, sein Inhalt wird dir auf deinen Weg helfen. Ihr Inhalt, aber egal. Oh, cool, ein Blatt. Das ist ja sehr vorteilhaft. Blatt ist irgendwie Tanuki-Schwanz und dann ist alles super und so. Geile Sache. Ähm. Ich glaub, ich hab'n Fehler gemacht, oder? Ich glaub, ich hab'n Fehler gemacht, ja. Ist egal. Ignorieren wir das. Brauchen wir eh nicht. Ich hätte in Level 3, glaub' ich, ne Flöte einsammeln können, aber die brauchen wir eh nicht. Wir wollen eh das ganze Spiel sehen. Also, äh, ich muss vielleicht nicht zwingend jedes Level spielen. Das sehen wir dann später. Aber, äh, äh, ich will auf jeden Fall jede Welt spielen. Weil, ja. Und die Flöten sind nur zum Überspringen von Welten. Ja, also wie gesagt, viel Mühe in die Musik geflossen, in die Sprites geflossen. Es gibt so viele Dinge, die es vorher nicht gehabt hat. Ich mein, vorher könnte Mario rennen, springen und Feuerbälle schießen, wenn er gerade mal eine Blume hatte. Hier kann man das auch prinzipiell. Man kann aber zum Beispiel auch fliegen. Man kann Schildkrötenpanzer einsammeln, mitnehmen und irgendwo gegenschießen. Blub. Zack, ja. So kann man dann auch Leben sammeln. Wenn ich's schon vorhin bei der komischen Zielbox verkackt habe. Ja, dann krieg ich wenigstens hier ein paar Leben. Ähm. Ja, dann gibt's eben immer diese Zwischenlevel auf der Oberwelt. Also diese Toad-Häuser, wo man Items kriegen kann. Es gibt Minispiele, bei denen man Leben gewinnen kann. Es gibt Hammerbrüder-Level, wo man gegen Hammerbrüder kämpfen muss. Und so weiter und so fort. Dann gibt's noch unzählige andere Power-Ups, die wir später noch alle kennenlernen werden. Und, ja, äh, es nimmt kein Ende. Spiel perfekt in jeder Hinsicht. Warum ist hier eigentlich eine verdammte Schildkröte? Erfüllt die irgendeinen Zweck? Versteht, wer will. Ich versteh's nicht. Oh, da ist ein Hammerbruder. Und hier krieg ich keinen Stern. Ja, nee, klar, jetzt krieg ich ihn. Obwohl ich eigentlich zu langsam war, krieg ich den Stern. Aber vorhin, wie schnell genug war, krieg ich eine Blume. Also das ist, ähm, ja. Wenn man mit voller Geschwindigkeit da angelaufen kommt am Ziel. Und dann im richtigen Moment springt, dann kriegt man normalerweise immer einen Stern. Und wenn man drei Sterne sammelt durch Level-Beenden, dann kriegt man eben fünf Leben. Und darauf hatte ich's abgesehen, aber nö. So, Minispiel, hier können wir Leben gewinnen. Wir müssen irgendwie eines der Symbole zusammenbauen. Das wird eine Blume, wenn ich's richtig mache. Dann hoffen wir mal, dass es klappt. Doch, ist es eine Blume? Okay. Klappt das? Klappt das? Nein, es ist ein Plan oder so. Oder eine Stume oder ich weiß nicht. Scheiße. Und dann wären wir schon im ersten Minischloss. Das gab's vorher auch nicht, ne? So, äh, Zwischenschlösser zwischen den eigentlichen Welten. Also vor dem Endgültigen Ziel. Da wäre eine Feuerblume. Schöne Sache. Will ich aber nicht. Und, ähm, hier gibt's dann natürlich auch einen Miniboss, der hier in Mario Bros. 3 eingeführt wurde und den mittlerweile jeder kennt, weil er in jedem verdammten News über Mario Bros. Spiel und was sonst alles gibt, 100 Milliarden Mal recycelt wurde. Ich glaube, heute nennt man ihn Bumbum, ob man damals einen Namen hatte, weiß ich nicht. Da oben kann man übrigens hinfliegen, drüberfliegen und eine Flöte holen. Will ich aber nicht. Ich brauch keine Flöten. Ich hab's nicht nötig. Ich will das Schloss spielen, so wie's gedacht ist. Ist halt schade, dass man das Schloss nicht wieder betreten kann, um sich die Flöten dann doch noch zu holen, wenn man das wollte. Aber, äh. Wie gesagt, ich brauch sowas nicht. Ich bin einfach zu gut für diese Welt und, äh, auf Flöten kann ich verzichten. Ja. Tch. Es ist auch irgendwie nicht wirklich schwer hier durchzukommen. Man hätte sich eben, wenn man dort hochgeflogen wäre eben und die Flöte holt hätte, hätte man sich das ganze Schloss gespart und auch den Endkampf hier gegen Bumbum oder wie auch immer er heißen mag, aber, äh, ja, der ist hier genauso spektakulär und schwer wie in den News über Mario Bros. Spielen. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und das ist übrigens auch was, was das Spiel doppelt richtig gemacht hat. Äh, bei den News über Mario Bros. Spielen und so, da, äh, weiß nicht, da, da jammer ich immer über den Schwierigkeitsgrad, weil die Spiele so furchtbar leicht sind. Ähm, und bei den etwas älteren Mario Spielen, sprich bei Mario Bros. und vor allem bei Mario Bros. Und vor allem bei Mario Bros. Lost Levels, da jammere ich eher darüber, dass die Spiele viel zu schwer sind. Das hier ist ein schöner Mittelweg. Das Spiel ist am Anfang sehr, sehr spielbar, sehr einfach. Wenn man ein bisschen Grundskill hat, dann kommt man hier überall problemlos durch, auch wenn man die Welt nicht auswendig kennt, so wie ich. Ähm, aber, äh, später wird das eben wirklich zunehmend fordernder. Und das letzte Level hier in Mario Bros. 3 ist mehr oder weniger legendär. Allein schon, weil es wirklich vom Schwierigkeitsgrad her so viel höher ist, wie der Rest des Spiels, dass es einfach Wahnsinn ist. Und deshalb sammeln wir auch wunderschöne Items ein, in Toad-Häusern und so weiter und so fort. Die können wir nämlich im Map-Screen theoretisch aktivieren, um uns ein bisschen aufzupowern, falls wir mal ein Level reingehen müssten ohne Power-Up. Und in Level 8 wird, also Welt 8, wird das dauernd der Fall sein, dass ich keine Power-Ups mehr habe, weil Welt 8 schwer und so, ne? Ähm, ja, so ein Pech. Da hätten wir es aber an, dass da irgendwann ein schweres Level kommen könnte. Also da bin ich wirklich dann um jedes Power-Up froh, das ich haben kann. So, bitte, bitte, bitte. Ja, schnell genug. Und Pilz, das kann doch nicht sein. Ich war schnell genug. Blöde Spiel. Gibt wieder nur ein Leben, Mensch. Ja, also wenn man... Oh, da gibt es ein Kartenspiel. Ich weiß gar nicht, was die Voraussetzung dafür ist, dass die erscheinen. Vielleicht, dass ich zu einer bestimmten Zeit oder mit einer bestimmten Münzzahl ins Ziel komme oder irgend sowas, aber... Na ja, egal. Äh, ja, ja. Wir müssen Karten umdrehen. Das ist wie Memory. Also wir können zwei Karten aufdecken und sehen dann, was dabei rauskommt. Jetzt wissen wir zum Beispiel schon mal, wo ein Blume und ein Pilz sind. Dummerweise habe ich keine Ahnung, wie die Dinger aufgebaut sind. Die kann man theoretisch auswendig lernen, aber... Ich habe keine Ahnung, wie die aufgebaut sind und deshalb ist das für mich wirklich reines Glücksspiel. Und bis das nächste Mal so ein Kartenspiel auftaucht, habe ich sowieso schon wieder vergessen, wo was war. Also fängt es dann wieder von vorne an. Ja, super. Habe ich nichts gewonnen. Hui. Es ist so cool. Einfach mal eine Schöne hochheben und wegschießen. Ja, heute ist das Standard, aber damals war das was Neues. Und die Musik, die Musik, die Musik. Ich habe jetzt nicht lauter gemacht für mich. Sollte ich vielleicht immer noch machen. Wow. Andererseits hört man dann vielleicht ein Echo in der Aufnahme. Nein, geht der in die falsche Richtung, blöder Pilz. Ähm. Und im Moment höre ich die Musik eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Vielleicht bin ich leiser geworden. Das hält mir sowieso meistens so in den Aufnahmen. Dass ich ziemlich laut anfange und am Schluss ziemlich leise werde und dann stimmt die Tonspur nicht mehr. Also dann am Anfang hört man mich gut über die Musik und hinterher dann gar nicht mehr oder so. Das ist natürlich doof, aber kann ich nicht ändern. Gut, der Blindsprung hätte auch in die Hose gehen können. Yay. Ja, scheiß drauf, weil egal was ich jetzt noch kriege, mehr als ein Leben hätte ich sowieso nicht mehr gekriegt. Also ich glaube, wenn man drei Pilze kriegt, kriegt man zwei Leben, bei drei Blumen drei Leben und bei drei Sternen fünf Leben oder so. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. So, ach so, dann könnte ich gerade mal zeigen. Wir haben ja vorhin in einem Pilzhaus so ein Item eingesammelt und das könnten wir jetzt hier einsetzen, das Blatt. Können wir aber auch lassen. Wir können ganz viel davon sammeln und je mehr wir haben, desto besser. Wir dürfen leider in jedes Pilzhaus nur einmal rein. Nicht so wie in den News von Mario Bros. spielen, wo man 100 Millionen Mal rein kann, wenn man nur bald kurz die Welt verlässt oder so. Nee, hier geht das nur einmal und dann muss man sich mit dem Item zufrieden geben, das man kriegt. Und man kriegt auch immer nur einen Item und nicht zehn oder so. Ja, aber das reicht. Wenn man weiß, wo die Dinger sind und drankommt und überhaupt, dann ist das super. Und übrigens, die Musik. Die habe ich in meinen TikToks-Videos benutzt. Ich finde die so geil. Die Hammer-Bruder-Musik hier ist so extrem specialmäßig. Ich liebe es. Ja, ich kann nicht aufhören davon zu schwärmen. Gott, jetzt habe ich ganz, die komplette Welt 1 fertig und habe noch nichts gesagt eigentlich, ne? Noch nichts gemacht und noch nichts gesagt. Okay, gucken wir uns das an. Also da ist ein Toad und da ist eine Schlange aus Mario Bros. 2 mit einer Krone auf. Und Toad sagt, oh nein, es ist schrecklich. Der König wurde verwandelt. Bitte findet den magischen Zauberstab, damit wir ihn zurückverwandeln können. Ja. Und deshalb begeben wir uns jetzt zum ersten Mal in der Mario Bros. Geschichte. Auf eines der Luftschiffe der Koopalings, Koopakinder, wie auch immer. Und haben diese epische Musik hier. Und natürlich ist hier auch schon der Schwierigkeitsgrad auffallend höher als in den vorherigen Leveln. Allerdings, ja, für jemanden, der ein bisschen Kunstkill in Mario spielen hat, ist das hier natürlich noch kein Problem. Ist klar. Aber als ich das erste Mal auf dem Luftschiff hier war, da bin ich bald verzweifelt. Weil ich andauernd mich von irgendwas abtreffen lassen und es war so schwer. Und es gibt so wenig Power-Ups. Es gibt hier eine Blume. Denkt mal an Mario, äh, an New Super Mario Bros. Das wäre jetzt zu geschissen mit Power-Ups. Jede zweite Box hat ein Power-Up. Dann haben die Gegner noch Power-Ups. Dann findet ihr noch ein Verstecken, Power-Ups und überhaupt ein Sowieso. Und hier kriege ich ein Power-Up für das ganze Level. Ja. Und es gibt keine Halbzeit-Masten oder sonst was. Scheiße, das war jetzt gut. Oder weiß der Geier was. Gibt's alles nicht. Aber ich glaube, hier gibt's ein verstecktes Item. Naja, vielleicht auch nicht. Scheiß drauf. Ich glaube, das ist das erste Mal im ganzen Spiel, dass ich getroffen wurde, oder? Ja, wie gesagt, ich hab das Spiel schon mal gespielt. Wer hätte es gedacht? Ich liebe es einfach. Dieses Spiel ist godlike, spitzenmäßig, ultra, pornös, keine Ahnung was. Und ich hab's so oft gespielt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft. Trotzdem bin ich nicht besonders gut drin, zugegebenermaßen. Aber ich kann's wenigstens ein bisschen. Und, äh, ja, Welt 1 mal eben schaffen, ist wirklich keine große Sache. Im Prinzip könnte ich auch mal versuchen, einen Speedrun zu dem Spiel zu machen. Aber, äh, ohne Items in Welt 8, uh, das würde wahrscheinlich ziemlich in die Hose gehen. Ja. Also, man könnte von Welt 1 direkt in Welt 8 kommen, ohne dass man irgendwas vorher gemacht hat. Und, äh, ja, könnte man halt. Oh, dem Himmel sei Dank. Also, man kriegt so einen Tanuki-Schwanz. Ähm, nur dass man unendlich fliegen kann. Was man normalerweise mit dem Tanuki-Schwanz eben nicht könnte. Man müsste eben mit dem Tanuki-Schwanz immer erst Anlauf nehmen. Dass unten diese, äh, weißen Pfeile, neben denen P steht, komplett voll sind. Und ein komisches Geräusch ertönt. Und, äh, wenn die voll ist, dann kann man eben fliegen mit dem Tanuki-Schwanz. Anders nicht. Anders kann man nur eben diesen, äh, Gleitmove. Wie macht man das nochmal? Achso, so. Diesen Gleitmove hier machen, dass man nicht so schnell fällt und noch einen Sprung ein bisschen korrigieren kann. Ja. Jo, und, äh, mit dem P-Flügel braucht man das eben nicht. Mit dem kann man immer fliegen. Man darf sich nur eben nicht treffen lassen. Und der hält auch nur einen Level lang und dann wird er zum normalen Tanuki-Schwanz. Und so. Ja. Da oben gäbe es bestimmt irgendwas, aber es ist mir egal. Ich glaube, mich an dieses Level zu erinnern. Oder auch nicht gut. Okay, hab's verletzelt.